Hallo meine liebe Leute, ich bin der DASZDIN, die kommen auf meinem Kanal. Heute ein ehrtes Thema, heute. Coronavirus. So, ich will jetzt etwas sagen jetzt. Gebt Leben und Tod, Leute. Bitte nicht raus stehen mehr. Nur im Notfall. Nur trinken und essen kaufen. Nur Lebensmittel kaufen. Gebt Leben und Tod, Leute. Ihr wisst, ihr bringt Menschen um, ihr raus steht. Je nächstes raus steht, rettet ihr Menschen. Je mehr ihr raus steht mehr, bringt ihr mehr Menschen um, als Leben retten. Je nächstes raus steht, wird immer weniger Menschen sterben. Und mehr Menschen leben dann. Leben und Tod, Leute. Und noch was. Das Toilettenpapier schreiten. Laden. Ist ja auch eine andere Möglichkeit. Plan B. Lasslappen nehmen. Lasslappen nehmen. Und Arzt abwischen. Und dann. Ab eine Waschmaschine tun. Und dann. Habt ihr auch plus 60 Geld gespart. Als Toilettenpapier gekaufen. Das ist Plan B. Gebt mal nach. Gebt Leben und Tod. Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Dustin. Bye, bye.